Ich will meine Nägel machen. Und hier bin ich schon im Nagelstudio. Ihr wisst ganz genau, was hier passiert, muss ich euch nicht sagen. Und ja. Das ist das Endergebnis. Ich bin voll zufrieden damit. Ich liebe es einfach neue Nägel zu haben. Ihr könnt ja mal raten, wie viel ich für diese Nägel ausgegeben habe. Der, der das richtige Red bekommt, bekommt ein Follow oder Like Spam. Love you.